star wars outlaws muss sich im moment so ein bisschen vermehrt in der kritik üben von wegen dass das ganze sehr unpolished aussieht noch nicht wirklich fertig und wie total schwammig dass da irgendwas irgendwas im busch ist irgendwie so eine art downgrade und dem muss ich tatsächlich teilweise mit zustimmen weil so manche sachen die man gesehen hat ist wir wissen es genau obis oft sind die könige des downgrades das muss man tatsächlich wirklich sagen für alle die sich noch zurück erinnern können an watchdogs 1 oder oder tom clancy's division 1 was uns dafür trailer vorgesetzt wurden und welche spielen wir nachträglich wirklich bekommen haben einfach die meister der quadruple games und deswegen muss man da wirklich vorsichtig sein natürlich bei all der weil der kritik und dem störenrunzeln hat sich ubisoft natürlich auch zu dem ganzen gemeldet und cfo frederick duguay dugo keine ahnung wie er ausgesprochen wird hat gesagt dass mehrere stunden an hochqualitativen vorschau content hat um zu zeigen wie tief und wie groß und wie vollgepackt die open world ist um gespannt und cio yves gemo der hatte ich auch noch mal gemeldet und hat gesagt der das level an qualität soll sehr sehr hoch sein was die erfahrung angeht und er denkt dass die leute das ganze lieben werden ich meine was sollen sie sonst sagen sonst ja obwohl sie können noch mal ehrlich sein aber ja wie gesagt ich schiebe da die schuld weniger ubisoft massive in die schuhe weil die als entwicklerstudio klar wenn du einen publisher hast der dir keine ahnung hinterrücks die pistole auf die brust setzt und sagt hier werden wir müssen so und so deadline wir haben projekte hin und her ihr wisst ja selber wie das ist in dem videospielindustrie dann machen die mega überstunden dann machen die pipa wo es ist einfach schlimm und das könnte tatsächlich hier auch zutreffen ich bin mal gespannt sie können uns auch lügen strafen sondern dass das gameplay was gezeigt wurde jetzt von von tatooine von der mission dass das keine ahnung vielleicht auf einfach auf einer niedrigeren auflösung mit niedrigeren details gezeigt wurde oder dass es auf keine ahnung auf der xbox series s oder so die version war weil alleine aus marketing technischen gründen macht eigentlich gar keinen sinn dass das so zeigen in der qualität wenn ich doch so kurz vor release auch da zeige ich doch die mein produkt in der besten möglichen qualität aber wie gesagt das ist ubisoft ihr wisst genau da das wie ein überraschung sei deswegen lassen wir uns überraschen ich bin ich bin trotzdem ich freue mich sehr sehr aufs game alleine weil es weil es setting klar mich interessiert es ist ein third person game man spielt man nicht als jedi man hat ein passives passiv aktives coversystem man spielt als in dem fall schmugglerin hat geiles gameplay und eine open world die wovon nicht ausgeht trotzdem sachen die man auf tätowin gesehen hat das ist auch tätowin geschuldet ich meine das ist ein wüstenplanet und außerhalb der ganzen siedlungen und der ganzen städte ist da halt einfach nur mal brachland also dort da muss man schon ein bisschen fair bleiben aber das werden wir dann wenn wir dann schlussendlich sehen ansonsten massive kann open world und kann third person game play wie kaum ein anderes studio deswegen ich bin ich bin wirklich sehr sehr gespannt ob sie dann keine ahnung mit einem day one page nachschieben da noch irgendwas machen oder ob sonst einfach noch ein bisschen mehr zeigen zur gamescom für alle die auf der gamescom sein werden jetzt dieses jahr dort wird ubisoft auch da sein und dort wird man star wars outlaws anspielen können das heißt man bekommt da so kurz ein paar tage ist natürlich ein paar tage vor release bekommt man da selber einen einblick wer da ist und noch unschließlich ist er kann es da mal anspielen und sich anschauen und dann schauen ob die mögliche ich werde auch da sein am 22 august für alle die da bock haben und auch mal hallo sagen wollen also dann können wir zusammen über ubisoft lästern dann würden wir uns das ganze auch mal zusammen anschauen ja ich bin auf jeden fall gespannt was daraus wird und ich sage wir sehen uns im nächsten video macht's gut leute und vielen dank fürs anschauen bei